Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Geschichten für die Ewigkeit. Heute gibt es vom Kapitän Hatteras Band 1, das Kapitel 6 bis 10 für euch. Lange Rede kurzer Sinn, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Und über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat auch. So dann viel Spaß mit dem Hörspiel. Sechstes Kapitel Die große Polarströmung Bald ließen sich zahlreichere Scharen von Vögeln, Sturmvögel und anderer Bewohner dieser öden Gegenden sehen, woraus man die Nähe Grönlands erkannte. Der Vorwirt fuhr rasch nordwärts. Am Dienstag, den 17. April, gegen 11 Uhr vormittags, meldete der Eismeister das erste Erscheinen des Eisblink, welches sich mindestens 20 Meilen in Nord-Nordwest zeigte. Es war ein blendend weißer Streifen, welcher trotz dichten Gewölkes den ganzen benachbarten Teil der Atmosphäre lebhaft erhellte. Die Leute von Erfahrung an Bord konnten über die Erscheinung keinen Zweifel haben, und sie erkannten an dem weißen Schein. Dass dieser Blink von einem ausgedehnten Eisfeld 30 Meilen über dem Gesichtskreis hinauskommen musste, und Durchbrechung der Lichtstrahlen entstand. Gegen Abend schlug der Wind südlich um, und ward günstig, Schenden konnte tüchtig Segel aufspannen und ließ aus Sparsamkeit die Heizung aufführen. Der Vorwirt fuhr mit vollen Segeln dem Kappfahre-Welt zu. Am 18. um drei Uhr ließ sich an einem weißen, nicht eben dichten, aber glänzenden Streifen, der lebhaft zwischen den Linien des Meeres und Himmels abstach, ein Eisstrom erkennen. Er trieb offenbar viel mehr von der Ostküste Grönlands her, als von der Devisstraße, denn die Eisblöcke ziehen sich vorzugsweise an den Westrand des Bafinsmeeres. Eine Stunde nachher fuhr der Vorwirt mitten durch abgesonderte Blöcke des Eisstroms, und da wo sie am meisten zusammenhingen, folgten sie der Wellenbewegung. Am folgenden Morgen, bei Tagesanbruch, meldete die Wache ein Schiff, es war eine dänische Korvette, Walküre, welche in entgegengesetzter Richtung des Vorwirt der Bank von Newfoundland zufuhr. Die Strömung von der Straße her machte sich schon fühlbar, und Shenton musste die Segel verstärken, um dagegen zu steuern. Damals befanden sich der Kommandant, der Doktor, James Wall und Johnson beisammen auf dem Hinterdeck, um die Richtung und Kraft dieser Strömung zu untersuchen. Der Doktor fragte, ob wirklich diese Strömung gleichmäßig im Bafinsmeer existiere. Allerdings, erwiderte Shenton, und die Segelschiffe können nur mit Mühe dem Polarstrom entgegensteuern. Umso mehr, fügte James Wall bei, als man ihn eben sowohl auf der Ostküste Amerikas als auf der Westküste Grönlands findet. Nun, sagte der Doktor, das gibt den Aufsuchen der nordwestlichen Durchfahrt einen besonderen Grund. Dieser Strom fließt mit einer Schnelligkeit von etwa 5 Meilen die Stunde, und es ist schwerlich vorauszusetzen, dass er im Innern des Golfs entsteht. Dies ist umso richtiger, Doktor, vor Shenton fort, als man gleich dieser Strömung von Norden nach Süden eine entgegengesetzte von Süden nach Norden in der Beringstraße findet. Welche den Ursprung dieser bildet. Demnach, meine Herren, sagte der Doktor, muss man zugeben, dass Amerika völlig von den Polarlanden losgetrennt ist. Und dass die Gewässer des stillen Meeres um diese Küsten herum bis ins Atlantische fließen. Übrigens ergibt sich auch aus dem höheren Niveau der Gewässer des Ersten noch ein Grund für deren Abfluss in die Meere Europas. Aber, fuhr Shenton fort, es muss doch Gründe für diese Theorie geben, und wenn das der Fall ist, muss unser Universalgelehrter sie kennen. Wahrhaftig, versetzte Letzterer mit liebenswürdiger Befriedigung, wenn dies sie interessieren kann, so will ich Ihnen sagen, dass Wallfische, die in der Devisstraße verwundet wurden, einige Zeit nachher in der Nähe der Tarterei noch mit der europäischen Harpone im Leibe gefangen wurden. Wuffern Sie also nicht ums Kap Horn, oder dass der guten Hoffnung gefahren sind, erwiderte Shenton, so müssen Sie notwendig Ihren Weg um die Nordküste Amerikas herumgenommen haben. Das ist unbestreitbar, Doktor. Wenn Sie jedoch nicht überzeugt wären, mein wackerer Shenton, sagte der Doktor lachend, so könnte ich noch andere Tatsachen vorbringen, zum Beispiel das in der Devisstraße flößende Holz, Lärchen, Zitterespen und andere Produkte der tropischen Zone. Nun wissen wir, dass des Golfstromes wegen dieses Holz nicht in die Enge hineintreiben kann. Wenn Sie also aus demselben heraus treiben, so konnten Sie nur durch die Behringsstraße in denselben hineinkommen. Ich bin überzeugt, Doktor, und gestehe, dass man bei Ihren Beweisen schwerlich ungläubig bleiben kann. Meiner treu, sagte Johnson, da kommt just etwas, was die Sache klar machen kann. Ich sehe da draußen ein hübsch großes Stück Holz. Mit Erlaubnis des Kommandanten wollen wir den Baumstamm auffischen, an Bord ziehen und um sein Heimatland befragen. Ganz recht, sagte der Doktor, das Beispiel nach der Regel. Shenton gab den Befehl dazu, die Brick fuhr auf das wahrgenommene Holz und bald darauf zog es die Mannschaft, mit einiger Mühe, an Bord. Es war ein Akashutang, der vom Gewürm bis in den Kern zerfressen war, sonst hätte er nicht obenauf schwimmen können. Das ist ja überführend, rief der Doktor freudig, denn, da die Strömungen des Atlantischen Ozeans denselben nicht haben in die Devisstraße treiben können. Weil er nicht durch nordamerikanische Flüsse in das Polarbecken getrieben werden konnte, da der Baum in der Gegend des Äquators wächst, so ist es klar, dass er direkt aus der Beringstraße kommt. Und sehen Sie, meine Herren, dies Meergewürm, von dem es durchfressen wurde, es gehört zu den Gattungen der heißen Zone. Offenbar, versetzte Wall, haben die Widersacher der Durchfahrt Unrecht. Mit diesem da sind sie gänzlich geschlagen. Erwiderte der Doktor. Geben Sie acht, ich will Ihnen den Weg beschreiben, welchen dieses Akashuhholz gemacht hat. Es ist durch einen Fluss des Isthmus von Panama oder aus Guatemala in den stillen Ocean gefüst worden. Von da aus hat die Strömung längs der amerikanischen Küsten es bis zur Beringstraße geführt, und, gutwillig oder nicht, es musste in die Polarmeere hinein. Es kann noch nicht lange her sein, dass es aus seiner Heimat abgefahren ist. So dann ist es glücklich über alle Hindernisse der langen Reihe von Engen bis zum Bafinsmeer hinausgekommen. Und von der aus dem Norden kommenden Strömung lebhaft ergriffen ist es durch die Davisstraße getrieben, um an Bord des Vorwart aufgefischt zu werden zu großer Freude des Doktor Claboni, welcher den Kommandanten um die Erlaubnis ersucht, ein Musterpröppchen davon aufzuheben. Tun Sie es nur, versetzte Schänden, aber gestatten Sie auch mir, Ihnen mitzuteilen, dass Sie nicht der einzige Besitzer eines solchen Strandgutes sind. Der dämische Stadthalter der Insel Disco An der Küste Grönlands, vor der Doktor Ford, besitzt einen Tisch, der aus einem Block desselben Holzes gefertigt ist, welcher unter gleichen Umständen aufgefischt wurde. Es ist mir dies nicht unbekannt, lieber Schänden. Nun, ich beneide ihn nicht um seinen Tisch, denn, wenn es nicht zu viel zu schaffen machte, so hätte ich hier genug, um mir ein ganzes Schlafgemacht zu zimmern. Während der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag wehte der Wind äußerst heftig, das Treibholz zeigte sich häufiger. Die Annäherung an die Küste war gefährlich zu einer Zeit, wo die Eisberge sehr zahlreich sind, der Kommandant ließ daher die Zahl der Segel vermindern, und der Vorwart fuhr dann mit nur Zweien. Das Thermometer fiel unter den Gefrierpunkt. Schänden ließ angemessene Kleidung an die Mannschaft verteilen, wollene Jacke und Hosen, flanellnes Hemd, Strümpfe von Wartmel, wie die norwegische Bauern tragen. Desgleichen wurde jeder Mann mit einem paar völlig wasserdichten Meerstiefeln versehen. Kapitän Hund war mit seinem natürlichen Pelz zufrieden, er schien gegen die Veränderungen der Temperatur wenig empfindlich, er musste schon mehr wie einmal die Probe bestanden haben. Er war fast immer in den dunklen Schiffsräumen versteckt. Gegen Abend ließ sich durch eine Lichtung im Nebel, unter 37 Grad 2,7 Länge die Küste Grönlands sehen, der Doktor konnte vermittelt seines Fernrohrs eine Reihe Picks mit breiten Gletschern erkennen. Der Vorwart befand sich am 20. April früh im Angesicht eines 150 Fuß hohen Eisbergs, der seit undenklichen Zeiten an dieser Stelle festliegt. Das Tauwetter hat ihn noch nie bewältigt und seine seltsamen Formen nicht angetastet. Snow hat ihn gesehen, James Ross im Jahre 1829 eine Zeichnung desselben aufgenommen, und der französische Lieutenant Bellot an Bord des Prinzen Albert hat ihn im Jahre 1851 bemerkt. Auch der Doktor entwarf eine gelungene Skizze desselben. Solche unüberwindlich festliegenden Massen finden sich mitunter. Dann haben sie gegen jeden Fuß Höhe über dem Wasser zwei unter demselben, was also bei diesem 300 Fuß Tiefe, also zusammen 400 Fuß beträgt. Endlich bei einer Temperatur, die mittags zwölf Grad betrug, bekam man in nebeligem Schneewetter Kap-Fahre-Welt zu sehen. Da ist denn, sagte bei sich der Doktor, das berühmte, richtig benannte Kap. Lebewohl! Viele sind daran vorübergefahren und haben es nimmer wieder gesehen. So sind Frohbischer, Neid, Barlow, Waukham, Skrox, Barenz, Hudson, Blosseville, Franklin, Kruzir, Bellot, nie zum heimischen Herd zurückgekehrt, ihnen rief es ein letztes Lebewohl zu. Grönland wurde von isländischen Seefahrern schon ums Jahr 970 entdeckt. Sebastian Cabot drang im Jahre 1498 bis zum 56. Breitegrad, Gaspar und Michel Cotrial, 1500 bis 1502, gelangten bis zum 60. Grade. Und Martin Frohbischer 1576 bis zu der nach ihm benannten bei. John Davis entdeckte 1585 die Straße, welche seinen Namen führt, und zwei Jahre später, bei einer dritten Reise, gelangte dieser kühne Seefahrer und Wallfischjäger bis zum 73 Grad. Noch 17 Grad vom Pol. Barenz 1596, Weimaut 1602, James Hall 1605 und 1607, Hudson, nach welchem die Große bei benannt ist, die sich so tief ins Festland hineinzieht, James Pooler 1611, drangen weiter in der Straße vor. Um die nordwestliche Durchfahrt zu suchen, durch welche der Verkehr zwischen den beiden Welten so sehr abgekürzt worden wäre. Baffin, 1616, fand in dem Meere seines Namens die Lancaster Straße, ihm folgte 1619 James Munk und 1719 Knight, Barlow, Waukham und Scrox, von welchen man nie wieder Nachricht bekam. Im Jahre 1776 erreichte der Lieutenant Pickerskill, welcher dem Kapitän Cook entgegengeschickt wurde, den 68 Grad, im folgenden Jahr drang Young bis zur Fraueninsel vor. Nun kam James Ross, der 1818 die Küsten des Baffinsmeeres aufnahm und die hydrographischen Irrtümer seiner Vorgänger verbesserte. Endlich, 1819 und 1820, drang der berühmte Paris durch den Lancaster-Sund in mitten unzähliger Schwierigkeiten bis zur Insel Melville und gewann den Preis von 5000 Pfund, welcher durch eine Parlamentsakte den englischen Seefahrern versprochen war, die bei einer höheren Breite als 77 Grad über den hundertundsebenzigsten Meridian gelangen würden. Im Jahre 1826 kam Bichy bis zur Insel Chamisso, James Ross überwinterte 1829 bis 1830 in der Prinzregentenstraße, und entdeckte, neben anderen wichtigen Leistungen, den magnetischen Pol. Während dieser Zeit erforschte Franklin, auf dem Landweg, die Nordküsten Amerikas vom Mackenziefluss bis zu der Umkehrspitze. Der Kapitän Beck verfolgte von 1823 bis 1835 diese Bahn weiter, und seine Entdeckungen wurden 1839 durch dies, Simpson und den Dr. Ray vervollständigt. Endlich fuhr Sir John Franklin, voll Eifer, die nordwestliche Durchfahrt aufzufinden, im Jahre 1845 auf dem Erebus und Terror aus England ab, drang ins Buffinsmeer hinein. Und seit er bei der Insel Disco vorbeigekommen, bekam man keine Nachricht mehr von seiner Expedition. Diese zahlreichen Entdeckungsfahrten haben zur Auffindung der Durchfahrt und zur Aufnahme der so tief ausgezackten Polarkontinente geführt. Die unverzagtesten Siemänner Englands, Frankreichs und der Vereinigten Staaten wagten sich in die schrecklichen Gegenden, und ihren Anstrengungen es zu verdanken, dass die so schwierige Karte dieser Landschaften im Archiv der Königlichen Geografischen Gesellschaft zu London nun prangen kann. So überblickte der Doktor im Geiste die merkwürdige Entdeckungsgeschichte dieser Landschaften, während er auf die Seite gelehnt mit den Augen dem langen Kielwasser der Brick folgte. Siebentes Kapitel Die Davis-Straße Diesen Tag über bahnte sich der Vorwart einen leichten Weg zwischen den halb zerbröckelten Eisblöcken, der Wind war günstig, aber die Temperatur sehr niedrig. Die über die Eisfelder streichende Luft durchdrang mit frischer Kälte Die Nacht erforderte die strengste Achtsamkeit, die schwimmenden Berge drängten sich in der engen Straße zusammen, man zählte ihrer oft bei 100 am Horizont. Sie lösten sich durch Einwirkung der benagenden Wellen und der Aprilsonne von den vorragenden Küsten ab, um zu zerschmelzen oder in die Tiefen des Ozeans zu versinken. Man begegnete auch langen Flößen Treibholz, mit welchen man nicht zusammenstoßen dürfte. Darum wurde auch das Krähennest an der Spitze eines Mastes angebracht, bestehend aus einer Tonne mit beweglichem Boden, worin der Eismeister zum Teil gegen den Wind geschützt. Das Meer überschaute, die herannahenden Eisböcke meldete und selbstmütigenfalls das Manövrieren des Schiffes angab. Die Nächte waren kurz, die Sonne war infolge der Strahlenbrechung seit dem 31. Januar wieder zum Vorschein gekommen und hielt sich allmählich länger über dem Horizont. Aber durch den Schnee war die Aussicht gehemmt, und wenn er auch nicht Dunkelheit veranlasste, so machte er doch die Fahrt schwierig. Am 21. April zeigte sich mitten im Nebel das Kap Disolation, die Mannschaft war durch das Manövrieren erschöpft. Seitdem die Brick zwischen den Eisböcken fuhr, hatten die Matrosen nicht einen Augenblick Ruhe gehabt. Man musste bald den Dampf zu Hilfe nehmen, um sich mitten durch aufgeschichtete Blöcke einen Weg zu bahnen. Der Doktor und Meister Johnson plauderten auf dem Hinterverdeck miteinander, während Shenton in seiner Kabine einige Stunden Schlaf genoss. Claboni suchte die Unterhaltung des alten Matrosen auf, welchem seine zahlreichen Reisen eine interessante und verständige Erziehung gegeben hatten. Der Doktor gewann ihn sehr lieb, und der Rüstmeister blieb ihm nichts schuldig. Sehen Sie, Herr Claboni, sagte Johnson, dieses Land ist nicht wie alle anderen, sein Name bedeutet, grünes Land, aber nur wenig Wochen in Jahre ist diese Benennung gerechtfertigt. Wer weiß, wackerer Johnson, erwiderte der Doktor, ob nicht im 10. Jahrhundert dieses Land Anspruch auf eine solche Benennung haben konnte. Auf unserem Erdball ist schon manche Umänderung dieser Art vorgekommen, und Sie werden vielleicht staunen, wenn ich Ihnen sage, dass isländischen Chroniken zufolge vor acht bis neunhundert Jahren zweihundert Dorfschaften auf diesem Kontinent blühten. Diese Äußerung, Herr Claboni, versetzt mich dermaßen in Staunen, dass ich ihr nicht einmal Glauben beimessen kann, denn es ist ein ödes Land. Gut, so öde es auch sein mag, so bietet es doch Bewohnern, und selbst zivilisierten Europäern, hinreichend eine städteruhige Abgeschiedenheit. Allerdings, zu Disco, zu Aparnavik werden wir Leute finden, die mit einem Leben in solchem Klima zufrieden sind. Aber ich habe immer gedacht, sie hätten diesen Aufenthalt nicht mit Vorliebe, sondern Not gedrungen, gewählt. Ich glaube es gern, doch gewöhnt sich der Mensch an alles, und es scheint mir, diese Grönländer sind nicht ebenso zu beklagen, als die Arbeiter in unseren großen Städten. Sie können unglücklich sein, aber sicherlich im Elend leben sie nicht, ferner, ich sage wohl unglücklich, aber dieses Wort drückt nicht völlig meinen Gedanken aus. In der Tat, leben diese Leute auch nicht so im Wohlbehagen, wie wir in der gemäßigten Zone, in diesem Klima geboren, finden sie offenbar darin Genüsse, für welche uns der Begriff abgeht. Trostlosigkeit Diese Bemerkung habe ich ebenfalls gemacht, erwiderte der Doktor, aber diese Namen haben unverkennbar ein geografisches Interesse. Sie bezeichnen die Erlebnisse derer, welche die Namen beigelegt haben. Wenn ich neben den Namen Davis, Buffin, Hudson, Ross, Paris, Frenkie in das Kap Desolation finde, so stoße ich bald auf die bei der Gnade. Es ist da die ununterbrochene Reihe von Gefahren, Hindernissen, Erfolgen, Verzweifeln und Gelingen verbunden mit dem großen Namen meines Vaterlandes. Dass ich die ganze Geschichte dieser Meere darin lesen kann. Richtig geurteilt, Herr Klaboni, und möchten wir nur bei unserer Reise auf Meerbein des Erfolges als Caps der Desolation treffen. Das wünsch, ich, Johnson, aber, sagen Sie mir, hat sich die Mannschaft ein wenig von ihren Strapazen erholt? Ein wenig, mein Herr, und doch, um alles herauszusagen, seit unserer Einfahrt in die Straße hat man wieder angefangen, sich über den eingebildeten Kapitän Gedanken zu machen. Mancher war darauf gespannt, dass er an der Spitze von Grönland erschiene, und bis jetzt nichts. Sehen Sie, Herr Klaboni, unter uns, ist das nicht etwas zum Verwundern? Jawohl, Johnson. Glauben Sie, dass der Kapitän existiert? Ganz gewiss. Aber was konnte er für Gründe haben, so zu handeln? Soll ich völlig heraus sagen, was ich denke, so glaube ich, dieser Mann wollte die Mannschaft erst weit genug vorziehen, dass sie nicht mehr umkehren konnte. Wäre er nun im Moment der Abfahrt an seinem Bord erschienen, so hätte jeder die Bestimmung des Schiffes haben hören wollen, wodurch er in Verlegenheit geraten wäre. Und weshalb? Wahrhaftig, wenn er eine übermenschliche Unternehmung wagen, wenn er vordringen will, wohin so viele andere vor ihm nicht konnten, glauben Sie, dass er seine Mannschaft beisammen behalten hätte. Dagegen, wenn man einmal unterwegs ist, kann man so weit gehen, dass das Vorwärtsdringen zu einer Notwendigkeit wird. Das ist möglich, Herr Klaboni. Ich habe mehr als einen unerschrockenen Abenteurer kennengelernt, dessen bloßer Name in Schrecken setzte und der keinen Mann gefunden hätte. Um ihn bei seinen gefährlichen Unternehmungen zu begleiten. Mich ausgenommen, sagte der Doktor. Und mich nach ihnen, erwiderte Johnson, und um mich ihnen anzuschließen. Ich nehme also an, dass unser Kapitän ohne Zweifel zu solchen Abenteurern gehört. Wir werden es am Ende sehen. Ich vermute, dass in der Gegend von Aparnavik oder der bei Melville dieser tapfere Unbekannte sich im Stillen an Bord einfinden und uns zu erkennen geben wird. Bis wohin seine Fantasie das Schiff fortzuziehen im Sinne hat. Der Meinung bin ich auch, Johnson, aber die Schwierigkeit wird darin bestehen, bis zu dieser bei Melville zu gelangen. Sehen Sie, wie auf allen Seiten diese Eisblöcke uns umgeben. Sie lassen ja dem Vorwärts kaum einen durchweg. Betrachten Sie nur diese unermessliche Ebene. Wir Wallfischfänger, Herr Klaboni, nennen dies ein Eisfeld, das heißt eine Fläche zusammenhängender Eisblöcke, deren Ende man nicht absieht. Und hier, dieses unterbrochene Feld, diese langen Stücke, welche mehr oder minder aneinander anstoßen. Das heißen wir Pack und Peich, wenn die Form rund ist, sowie Stream, wenn sie lang. Und diese schwimmenden Blöcke? Das ist Treibeis, sind sie etwas höher, so nennt man sie Eisberge, ein Zusammenstoßen mit ihnen ist den Schiffen gefährlich, und man muss sie sorgfältig meiden. Sehen Sie, dort unten auf jenem Eisfeld, eine vom Druck der Eisblöcke verursachte Höhe emporragende Stelle, die nennen wir Hummuck, und wenn sie an ihrer Basis unter Wasser ist, Kalf. Diese Benennungen gab man, um sich darüber verständlich zu machen. Ah, das ist wahrhaftig ein merkwürdiger Anblick, rief der Doktor beim Betrachten dieser Wunder des Eismeeres aus. Und was machen diese verschiedenen Anschauungen für einen lebhaften Eindruck auf die Fantasie? Allerdings, erwiderte Johnson, die Eisschollen nehmen manchmal fantastische Formen an, und unsere Leute sind nicht in Verlegenheit, sie in ihrer Weise zu deuten. Schauen Sie, Johnson, und staunen über dies Gesamtbild von Eisblöcken. Sieht es nicht wie eine sonderbare Stadt, eine orientalische mit Minarets und Moscheen in bleichem Mondschein? Weiter dort eine lange Reihe göthischer Bogen gleicht der Kapelle Heinrichs VII., oder wie am Parlamentshaus. Wirklich, Herr Klaboni, aber es wäre doch gefährlich, darinnen zu wohnen, und man darf ihnen nicht allzu nahe kommen. Es gibt da Minarets, die wanken auf ihrer Basis, und könnten ein Schiff wie den Vorwart zertrümmern. Und man hat sich in die Gefahr dieser Meere hineingewagt, fuhr der Doktor fort, ohne den Dampf bereit zu haben. Wie ist es möglich, dass ein Segelschiff mitten zwischen diesen schwimmenden Klippen eine Richtung verfolgen kann? Man hat's jedoch ausgeführt, Herr Klaboni. Wenn der Wind widrig wurde, was mir mehr wie einmal begegnete, hing man sich geduldig mit dem Anker an einen solchen Block fest, trieb mehr oder minder mit ihm. Und wartete so die günstige Stunde zum Weiterfahren ab, zwar brauchte man bei dieser Art zu reisen einige Monate Zeit da, wo bei einigem Glück wir nur einige Tage darauf wenden. Es kommt mir vor, sagte der Doktor, als sinke die Temperatur noch mehr. Das wäre schlimm, erwiderte Johnson, denn es ist Tauwetter nötig, dass diese Massen sich zerteilen und sich im Atlantischen Meere verlieren. Sie sind übrigens in der Davis-Straße zahlreicher, weil zwischen dem Kap Weisingham und Holsteinburg das Land merklich näher beisammen ist. Doch über den 67. Grad hinaus werden wir finden, dass im Mai und Juni die Meere leichter zu befahren sind. Ja, aber man muss erst hinkommen. Jawohl, Herr Klaboni, im Juni und Juli hätten wir die Fahrt frei gefunden, wie die Wallfischfänger auch, aber es war uns genau anbefohlen, dass wir im April uns hier einfänden. Darum irre ich sehr, oder unser Kapitän ist ein tüchtiger Schelm, der weiß, was er will, er ist nur deshalb so frühzeitig abgefahren, um recht weit zu fahren. Tschüssig werden wir es sehen. Der Doktor hatte sich in seiner Äußerung über das Sinken der Temperatur nicht geirrt. Das Thermometer zeigte um Mittag nur 6 Grad und es herrschte ein Nordwest, der, obwohl er die Witterung heiter machte, doch zugleich mit der Strömung die schwimmenden Eisblöcke heftiger dem Vorwart entgegen beförderte. Es trieben jedoch nicht alle in derselben Richtung. Nicht selten traf man solche, und zwar die höchsten, welche, an ihrer Basis von einer unterseeischen Strömung gefasst, in entgegengesetzter Richtung trieben. Natürlich entstanden dadurch Schwierigkeiten für die Schifffahrt, die Maschinisten hatten nicht einen Augenblick Ruhe. Die Leitung der Dampfkraft wurde unmittelbar auf dem Verdeck vorgenommen vermittelst Hebel, welche sie verstärkten, hemmten, plötzlich, nach Befehl des Offiziers der Wache, in umgekehrte Richtung brachten. Bald musste man eilen, um durch eine Öffnung im Eisfeld zu dringen, bald an Schnelligkeit einem Eisberg, der den einzigen Weg zu versperren drohte, zu vorkommen. Oder auch es nötigte ein unversehens rückwärts fallender Block zu raschem Umkehren, um nicht zerschmettert zu werden. Diese Anhäufung von Eisblücken, welche von der Strömung aus Norden fortgetrieben und aufgeschichtet wurden, drängte sich in der Enge, und wenn der Frost sie festhielt, konnten sie dem Vorwart eine unüberwindliche Schranke setzen. Es zeigte sich in diesen Gegenden einer unzählige Menge Gefögel. Sturmvögel flatterten überall mit betäubendem Geschrei, und Möwen mit dickem Kopf und langen Vügeln trotzten scherzend dem vom Sturm gepeitschten Schnee. Diese Munterkeit des Gefügels belebte die Gegend. Zahlreiche Stücke Treibholz stießen wiedereinander, einige Pottfische mit enormen Köpfen kamen in die Nähe des Schiffes, aber zum Harponieren war keine Zeit. Gegen Abend sah man auch einige Robben zwischen den Blöcken schwimmen. Am 22. sank die Temperatur noch mehr, der Vorwart verstärkte seinen Dampf, um günstige Fahrwege zu gewinnen, der Wind war entschieden Nordwest geworden, die Segel wurden eingezogen. Während dieses Tages, der ein Sonntag war, hatten die Matrosen wenig zu manövrieren. Nach dem von Schänden verrichteten Gottesdienst beschäftigte sich die Mannschaft mit der Jagd auf Weißmäntel und fing deren Fiele. Diese Vögel lieferten, gehörig zubereitet, ein angenehmes Gericht für die Tafel. Um drei Uhr nachmittags hatte der Vorwart nordöstlich Kindesail erreicht, und das Gebirge Sukkartop lag südöstlich, die sie ging sehr hohl. Von Zeit zu Zeit senkte sich ein ungeheurer Nebel unvermutet vom grauen Himmel herab. Doch konnte zum Mittag eine genaue Beobachtung gemacht werden, und es zeigte sich, dass das Schiff sich unter 65 Grad 20 Breite und 54 Grad 22 länger befand. Man musste noch um zwei Grad weiter vorwärts drängen, um bessere Fahrt auf freiem Meer zu bekommen. Während der drei folgenden Tage, am 24. 25. und 26. April hatte man beständig mit den Eisblücken zu kämpfen, die Behandlung der Maschine wurde sehr ermügend. Im dichten Nebel konnte man die Annäherung der Eisberge nur am dumpfen Getöse erkennen, welches von den Lawinen herrührte, dann wendete das Schiff sogleich. Man kam in Gefahr, wieder Eismassen aus süßem Gewässer zu stoßen, welche an der Durchsichtigkeit und einer felsengleichen Härte zu erkennen waren. Richard Schenden versah sich zur Ergänzung seines Trinkwassers täglich mit einigen Tonnen solchen Eises. Der Doktor konnte sich nicht an die optischen Täuschungen gewöhnen, welche die Strahlenbrechung in diesen Gegenden erzeugte. In der Tat, mancher Eisberg, der 10 bis 12 Meilen von der Brick entfernt war, kam ihm wie eine kleine weiße Masse in nächster Nähe vor. Endlich war die Mannschaft, teils durch das Fortziehen des Schiffes längs der Eisfelder, teils durch das Fernhalten drohender Blöcke vermittelt langer Stangen, vor Ermüdung fast erschöpft. Und doch war freitags, den 27. April, der Vorwart noch auf der Linie des Polarkreises zurückgehalten. Achtes Kapitel Gespräche der Mannschaft Inzwischen gelang es dem Vorwart, indem er geschickt in den Fahrwassern durchglitt, einige Minuten weiter nördlich zu dringen, aber anstatt dem Feind auszuweichen, musste man bald ihn angreifen. Eisfelder von mehreren Meilen Umfang waren im Anzuge, und da diese Massen in Bewegung oft einen Druck von mehr als 10 Millionen Tonnen darstellen, so musste man sich sorgfältig hüten. Nicht erdrückt zu werden. Es wurden daher im Innern des Schiffes Eissegen hergerichtet, der Gestalt, dass sie unverzüglich in Anwendung gebracht werden konnten. Ein Teil der Mannschaft ließ sich diese harten Arbeiten philosophisch gefallen, aber andere beklagten sich, oder wollten gar den Gehorsam verweigern. Als man zur Herrichtung der Instrumente schritt, tauschten Garry, Bolton, Penn und Gripper ihre verschiedenen Ansichten. Beim Teufel, sagte munter Bolton, es kommt mir, ich weiß nicht wie, der Gedanke, dass es in Water Street eine hübsche Schenke gibt, wo man zwischen einem Glas Gin und einer Flasche Porter nicht übel beisammensitzt. Du siehst das von hier aus, Gripper? Die Wahrheit zu sagen, entgegnete der Matrose, der im Allgemeinen meist übler Laune war, ich versichere dich, dass ich das von hier aus nicht sehe. Es ist nur eine Redensart, Gripper. Es ist wohl klar, dass es in den Schneestädten, welche Herr Klaboni bewundert, nicht das kleinste Wirtshaus gibt, worin ein braver Matrose sich mit einigen Gläschen Brandwein erquicken könnte. Darüber kannst du wohl sicher sein, Beuton, und du könntest wohl noch beifügen, dass man nicht einmal hier sich gehörig erquicken kann. Eine sonderbare Idee, den in den Nordmeeren Reisenden jeden geistigen Trunk zu versagen. Schön, erwiderte Garry, hast du denn vergessen, Gripper, was dir der Doktor gesagt hat? Man muss sich jedes aufregenden Getränkes enthalten, wenn man dem Skorbut widerstehen, sich gesund halten und weit fahren will. Aber ich begehre nicht weit zu fahren, Garry, und ich finde, dass es schon etwas schönes ist, bis hierher gekommen zu sein, dann kann man sich weigern dahin vorzudringen. Wohin der Teufel nicht leiden mag, dass man dringe. Einun, man wird es auch nicht tun, versetzte Penn. Wenn ich denke, dass ich schon vergessen habe, wie der Gin schmeckt. Aber, sagte Bolton, erinnere dich doch, was der Doktor gesagt hat. Oh, entgegnete Penn mit seiner groben, brutalen Stimme, wer weiß, ob man nicht unterm Vorwand der Gesundheit sich einfallen lasst, den Trank zu sparen? Dieser Teufel von Penn hat vielleicht recht, erwiderte Grepper. Geht doch, versetzte Bolton, dafür ist seine Nase zu rot, und wenn Penn bei einer Fahrt unter solcher Zucht ein wenig von seiner Farbe verliert, so wird er es nicht zu beklagen haben. Was geht meine Nase dich an? Er erwiderte Barst der Matrose, der sich an Wunderstelle getroffen fühlte. Meine Nase bedarf deinen Rat nicht, begehrt ihn nicht, kümmere dich doch um das, was dich angeht. Nun, werde doch nicht böse, Penn, ich glaubte nicht, dass du eine so empfindliche Nase hast. Oh, ich bin auch kein Verächter eines Gläschens Whisky, zumal bei solcher Kälte, aber, wenn es schließlich mehr schadet als nützt, so lass ich es auch gerne. Du magst es lassen, sagte der Heizer Waren, der sich in das Gespräch mischte, ei, das tut wohl nicht jeder andere. Was meinst du damit, Waren? Versetzte Gary und sah ihm fest ins Gesicht. Ich meine damit, dass es aus diesem oder jenem Grunde Likvor an Bord gibt, und denke mir, dass man da hinten ihn sich nicht ganz entzieht. Und was weißt du davon? fragte Gary. Waren wusste nichts zu antworten. Du siehst wohl, Gary, fuhr Bolton fort, dass Waren nichts davon weiß. Nun, sagte Penn, wir wollen vom Kommandant einer Ration Jin verlangen, wir haben es wohl verdient, und da werden wir sehen, was er antworten wird. Ich rate euch, so etwas nicht zu tun, erwiderte Gary. Und weshalb? Schrien Penn und Gripper. Weil der Kommandant es euch abschlagen wird. Ihr wusstet ja, als ihr mit in sie ginget, die Schiffsordnung, damals musstet ihr euch darüber besinnen. Übrigens, erwiderte Bolton, der sich gern auf Gares Seite stellte, dessen Charakter ihm gefiel, Richard Schenten ist ja nicht Herr an Bord, er hat zu gehorchen, wie wir. Und wem denn? fragt der Penn. Dem Kapitän. Ah, immer der leidige Kapitän. Schrie Stift. Und seht ihr nicht, dass es ebenso wenig einen Kapitän an Bord gibt, als ein Wirtshaus auf diesen Eisbänken? Auf diese Art will man uns nur höflich verweigern, was wir zu fordern berechtigt sind. Ja doch, es gibt einen Kapitän, versetzte Bolton, und ich wollte um zwei Monate sollt wetten, dass wir ihn bald zu sehen bekommen werden. Gut, sagte Penn, dem wollte ich schon ein paar Worte ins Angesicht sagen. Wer redet vom Kapitän? fragte ein anderer der Anwesenden, der Matrose, der etwas abergläubisch war. Weiß man etwas Neues über den Kapitän? fragte er. Nein, war die einstimmige Antwort. Nun, ich versehe mich, dass wir ihn eines schönen Morgens in seiner Kabine zu Hause finden, ohne dass jemand wüste, wie oder woher er angekommen sei. Geh doch, erwiderte Bolton, du meinst, Clifton, der Schelm sei so ein Kobold, wie sie in Hochschottland umgehen. Lache, so viel du willst, Bolton, das ändert meine Meinung nicht. Tagtäglich, wenn ich vor der Kabine vorübergehe, schaue ich durch das Schlüsselloch und eines schönen Morgens wird ich euch erzählen, wem dieser Kapitän gleicht und wie er aussieht. Ei, beim Teufel, sagte Pen, dein Kapitän wird aussehen, wie alle anderen Leute. Und wenn es ein Schelm ist, der uns anführen will, wohin wir nicht mögen, wird man ihm sagen, was sich gehört. Schön, sagte Bolton, der Pen will schon mit ihm zanken und kennt ihn noch nicht. Wer kennt ihn nicht? Entgegnete Kliften wie einer, der davon zu erzählen weiß. Was Teufel meinst du damit? Fragte Grippe. Ich verstehe mich darauf. Aber wir verstehen dich nicht. Ah, hat nicht Pen schon Unannehmlichkeiten mit ihm gehabt? Mit dem Kapitän? Ja, dem Kapitän Hund, denn es ist ganz das Nämliche. Die Matrosen sahen sich einander an, ohne dass sie zu Antworten wagten. Mensch oder Hund, brummte Pen zwischen den Zähnen, ich versichere euch, dem Tier wird einmal widerfahren, was ihm gebührt. Seht doch, Kliften, fragte Bolton ernstlich, meinst du, wie Johnson scherzend gesagt hat, dieser Hund sei der wahre Kapitän? Gewiss, erwiderte Kliften mit Überzeugung, unverständlich, ihr zu beobachten wie ich, so würdet ihr schon das seltsame Benehmen des Tieres wahrgenommen haben. Welches, lass hören, rede! Habt ihr nicht gesehen, wie er auf dem Hinterverdeck einher spaziert mit einer Amtsmine, und besieht das Segelwerk des Schiffes, als gehöre er zur Wache? Ja, so ist's, sagte Grippe, und sogar habe ich ihn eines Abends überrascht, wie er die Pfoten am Steuerruder hatte. Nicht möglich, sagte Bolton. Und jetzt, fuhr Kliften fort, verlässt er sogar nachts das Schiff, um auf den Eisfeldern zu wandeln, ohne sich weder um Bären noch um die Kälte zu kümmern. Ganz richtig, so ist's, sagte Bolton. Seht ihr, wie das Tier als ein braver Hund die Gesellschaft der Menschen sucht, um die Küche herumschleicht, und blickt mit zärtlichen Augen nach Meisterstron. Wenn er dem Kommandanten einen guten Bissen überbringt? Hört ihr ihn nicht, wenn er nachts zwei bis drei Meilen vom Schiff sich entfernt und heult, dass es einem kalt über den Rücken läuft? Endlich habt ihr jemals gesehen, wie das Tier seine Nahrung zu sich nimmt? Er nimmt nichts persönlich, sein Fressen ist stets unberührt, und sofern nicht eine geheime Hand ihn nährt, darf ich sagen, das Tier lebe, ohne zu essen. Nun, wenn das nicht fantastisch ist, bin ich nur ein Stück Vieh. Meiner treu, erwiderte der Zimmermann Bell, welcher zugehört hatte, das könnte wahrlich der Fall sein. Kurz, fragte Bolton, wohin fahren wir mit dem Vorwärt? Ich weiß nicht, erwiderte Bell, zu einer bestimmten Zeit wird Richard Schenden die Ergänzung seiner Instruktionen erhalten. Aber durch wen? Durch wen? Ja, wie? sagte Bolton dringend. Nun, Bell, eine Antwort, fielen die anderen Matrosen ein. Durch wen? Wie? Ja, das weiß ich nicht, entgegnete der Zimmermann. Ei, durch den Kapitän Hund, rief Clifton. Er hat ja schon einmal durch diesen einen Brief geschickt, so kann er es auch wieder machen. Wüsste ich nur die Hälfte von dem, was dies Tier weiß, so würde ich zum Lord Admiral taugen. Also, versetzte schließlich Bolton, du hältst fest daran, dass dieser Hund der Kapitän ist? Ja, wie gesagt. Nun, sagte Penn halblaut, wenn das Tier nicht sein Hundsfell sprengen und Mensch werden will, werde ich ihn zu schaffen machen. Und weshalb? fragte Gary. Weil mir's beliebt, erwiderte Penn brutal, ich habe keinem Menschen darüber Rechenschaft zu geben. Nungenuk geplaudert, Kinder, rief Meister Johnson und machte damit zu rechter Zeit einem Gespräch ein Ende, das eben eine üble Wendung nahm. An die Arbeit und rasch die Sägen bereit gemacht, wir müssen durch die Eisdecke hindurch. Gut, erwiderte Clifton mit Achselzucken. Sie werden sehen, dass man so leicht nicht den Polarkreis überschreitet. Wie dem auch sein mag, die Anstrengungen der Mannschaft waren im Laufe dieses Tages, freitags, ohne hinreichenden Erfolg. Obgleich der Vorwirt mit voller Dampfkraft wieder die Eisberge anfuhr, gelang es ihm nicht, sie zu trennen, man musste während der Nacht sich fest ankern. Am Samstag wurde infolge eines Ostwindes die Temperatur noch niedriger. Das Wetter hältte sich auf, und der Blick konnte weithin über die weißen Ebenen schweifen, welche durch den Reflex der Sonnenstrahlen blendend wurden. Um sieben Uhr vormittags zeigte das Thermometer acht Grad unter Null. Der Doktor war versucht, ruhig in seiner Kabine zu bleiben und Reisebeschreibungen nach dem Polarmeer zu lesen, aber er fragte sich seiner Gewohnheit nach, was ihm in diesem Augenblick am unangenehmsten zu tun sein würde. Die Antwort war, bei diesem Kältegrad sich auf das Verdeck zu begeben und der Mannschaft zu helfen, wäre nicht sehr erquicklich. Daher verließ er, treu an seiner Regel festhaltend, seine wohlgeheizte Kabine und half mit beim Fortbringen des Schiffes. Er sah hübsch aus mit seiner grünen Brille, vermittelst welcher er seine Augen gegen den Reflex der Sonnenstrahlen schützte. Und bei seinen künftigen Untersuchungen war er stets sorgfältig mit Schneebrillen versehen, um Augenkrankheiten zu vermeiden, welche unter diesen hohen Breiten sehr häufig vorkommen. Gegen Abend war der Vorwart einige Maien nördlich vorwärts gekommen, dank der Tätigkeit der Leute und der Geschicklichkeit Schändens, der gewand alle günstigen Umstände zu benutzen wusste. Um Mitternacht kam er über den 66. Breitegrad und da die Sonde 23 Ellen Tiefe ergab, erkannte Schänden, dass er sich über den niedrigen Grunde befand, worauf die Viktoria sitzen geblieben war. 30 Meilen östlich war man dem Lande nahe. Nun aber spaltete sich die bisher unbewegliche Eismasse und setzte sich in Bewegung, die Eisberge schienen auf allen Seiten am Horizont aufzuwachsen. Die Brigg befand sich also zwischen einer Reihe schwimmender Klippen, welche mit unwiderstehlicher Gewalt zertrümmern, die Lenkung ward sehr schwierig für Gary, den besten Steuerer, am Ruderstock. Die Berge drohten sich hinter der Brigg wieder aneinander zu schließen. Durch diese Eisflotte musste man notwendig hindurch und Klugheit wie Pflichtbefall vorwärts zu dringen. Die Schwierigkeiten wuchsen noch dadurch, dass es Schenden unmöglich ward, inmitten dieser wechselnden Punkte, welche die Stelle änderten und keine feste Perspektive gewährten. Die Richtung des Schiffes zu bestimmen Die Mannschaft war in zwei Reihen auf der rechten und linken Seite des Schiffes verteilt. Jeder derselben hatte eine lange Stange mit eiserner Spitze, um die allzu bedrohlichen Eisblöcke zurückzustoßen. Bald geriet der Vorwirt in eine so enge Gasse zwischen zwei hohen Blöcken, dass die Enden seiner Stängen an den Wänden rieben, die so hart wie Felsen waren. Allmählich befand er sich mitten in einem gewundenen Tal voll wirbelndem Schneegestöber, während die schwimmenden Eisblöcke wieder einander stießen und mit unheimlichem Krachen zerbröckelten. Aber bald stellte sich's heraus, dass diese Gasse ohne Ausgang war, ein enormer Block, der in diese Enge geraten war, trieb rasch auf den Vorwirt zu. Ihm auszuweichen schien unmöglich und ebenso unmöglich auf einem bereits versperrten Weg rückwärts zu fahren. Schenton und Johnson erwogen, vorn auf der Brick stehend, ihre Lage. Der erstere gab mit der rechten Hand dem Steuerer die Richtung an, welche zu nehmen war. Und mit der linken ließ er dem neben dem Ingenieur stehenden James Y seine Befehle für Leitung der Maschine zugehen. Wie wird das enden? fragte der Doktor Johnson. Wie Scott fügt, erwiderte der Rüstmeister. Der hundertfuß hohe Eisblock war nur noch eine Kabellänge vom Vorwart entfernt und drohte ihn zu zerbröckeln. Donner und Teufel Fluchte Penn Stille rief 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 Stimme die man im Sturm nicht zu erkennen vermochte. Der Block schien auf die Brick stürzen zu wollen und es entstand einen Augenblick unbeschreibliche Angst, die Männer ließen ihre Stangen und flüchteten trotz den Befehlen Schändens aufs Hinterteil. Plötzlich vernahm man ein erschreckliches Getöse, eine wirkliche Trombe fiel auf das Verdeck des Schiffes, das von einer ungeheuren Woge empor gehoben wurde. Die Mannschaft stieß einen Schrei des Entsetzens aus, während Gary am Steuer den Vorwart trotz seinem erschrecklichen Gieren in guter Richtung hielt. Und als nun die erschrockenen Blicke sich auf den Eisberg richteten, war dieser verschwunden. Die Fahrt war frei und es war der Brick über einem langen, von schiefen Sonnenstrahlen erhellten Kanal hinaus weiter zu fahren gestattet. Nun, Herr Klabony, sagte Johnson, können Sie diese Erscheinung erklären? Es ist eine sehr einfache Sache, Freund, erwiderte der Doktor, und die oft vorkommt. Wenn zur Zeit des Tauwetters diese schwimmenden Massen sich voneinander lösen, treiben sie isoliert und in völligem Gleichgewicht. Aber allmählich, wenn sie südlicher in ein verhältnismäßig wärmeres Wasser kommen, fängt ihre durch das Anstoßen an andere Blöcke bereits erschütterte Basis an zu schmelzen, schwächer zu werden. Es kommt daher ein Moment, wo der Schwerpunkt dieser Massen sich ändert, dann purzeln sie zusammen. Wenn nun dieser Eisberg zwei Minuten später gestürzt wäre, so wäre er über die Brick gefallen und hätte sie im Fallen zerschmettert. Neuntes Kapitel Eine Neuigkeit Endlich war man über den Polarkreis hinaus, der Vorwirt fuhr am 30. April zu Mittag vor Holsteinborg vorüber, malerische Gebirge erhoben sich am östlichen Horizont. Das Meer schien sozusagen frei von Eis, oder vielmehr man konnte den Eisblicken leicht ausweichen. Der Wind schlug um in Südost und die Brick fuhr mit vollen Segeln das Bafins Meer hinein. Dieser Tag war ganz besonders ruhig und die Mannschaft konnte sich ein wenig erholen, zahlreiche Vögel schwammen und flatterten um das Schiff herum. An diesem Tag begab sich an Bord ein ganz außerordentliches Ereignis. Als Richard Schenten um sechs Uhr früh von seiner Wache zurück in seine Kabine kam, fand er auf seinem Tisch einen Brief mit der Aufschrift an den Kommandanten Richard Schenten an Bord des Vorwärts Bafins Meer. Schenten konnte seinen Augen nicht trauen, aber bevor er von dieser auffallenden Korrespondenz Kenntnis nahm, ließ er den Doktor James Wall und den Rüstmeister rufen und zeigte ihnen denselben. Das wird etwas ganz Besonderes, sagte Johnson. Das ist reizend, dachte der Doktor. Schließlich, rief Schenten, werden wir doch das Geheimnis erfahren. Er zerriss rasch den Umschlag und las, wie folgt. Kommandant Der Kapitän des Vorwärts ist zufrieden mit der Kaltblütigkeit, Geschicklichkeit und dem Mut, welchen sie mit ihren Offizieren und ihrer Mannschaft unter den letzten Umständen gezeigt haben. Er bittet sie, der Mannschaft seinen Dank dafür auszusprechen. Wenden sie sich nun gerade nördlich zur Baymelville und von da aus bemühen sie sich in die Straße Smith zu dringen. Der Kapitän des Vorwärts KZ Montag den 30. April dem Kap Weisingham gegenüber Und nichts weiter? rief der Doktor Nichts weiter, erwiderte Schenden Der Brief fiel ihm aus der Hand Ei, sagte Weil, dieser eingebildete Kapitän spricht kein Wort mehr davon, an Bord zu kommen, ich schieße daraus, dass er nie kommen wird. Aber, sagte Johnson, wie ist denn dieser Brief angekommen? Schenden schwieg. Herr Wall hat recht, erwiderte der Doktor, der den Brief aufhob und um und herum drehte, der Kapitän wird nicht mehr an Bord kommen aus trefflichem Grund. Und aus welchem? fragte Schenden lebhaft. Weil er bereits da ist, erwiderte einfach der Doktor. Bereits, rief Schenden, was meinen Sie damit? Wie ist sonst zu erklären, dass dieser Brief kam? Johnson schüttelte den Kopf zum Zeichen der Beistimmung. Nicht möglich, versetzte Schenden nachdrücklich. Ich kenne jeden einzelnen Mann an Bord, man müsste denn annehmen, der Kapitän befinde sich seit der Abfahrt des Schiffes unter denselben? Das ist nicht möglich, sag ich Ihnen. Es ist kein einziger darunter, den ich nicht seit länger als zwei Jahren hundert Mal zu Liverpool gesehen hätte, Ihre Vermutung, Doktor, darf man nicht gelten lassen. Was lassen Sie also gelten, Schenden? Alles, dies ausgenommen. Ich nehme an, dass der Kapitän oder ein Mann, der ihn vertritt, was weiß ich. Die Dunkelheit, den Nebel benutzen konnte, um im Stillen an Bord zu kommen. Wir sind nicht weit vom Land entfernt. Die Eskimos haben Kajaks, die unbemerkt zwischen den Eisblöcken durchfahren. Es war demnach möglich, dass jemand bis zum Schiff kam und diesen Brief einhändigte. Der Nebel war ziemlich stark, um den Plan auszuführen. Und auch um zu hindern, dass man die Brick sah, erwiderte der Doktor, haben wir nicht gesehen, wie ein Fremder sich an Bord schlich, wie hätte dieser im dichten Nebel den Vorwart erkennen können? Das ist sonnenklar, sagte Johnson. Ich komme also auf meine Hypothese zurück, sagte der Doktor. Was meinen Sie Schenden? Alles was Sie wollen, erwiderte Schenden hitzig, nur nicht, dass dieser Mann sich an meinem Bord befinde. Vielleicht, fügte Wei bei, befindet sich unter der Bemannung einer, der von ihm seine Instruktionen erhalten hat? Vielleicht, sagte der Doktor. Aber was sollte das sein? fragte Schenden. Ich kenne alle meine Leute, sag ich ihnen, und von lange her. Jedenfalls fuhr Johnson fort, wenn dieser Kapitän erscheint, Mensch oder Teufel, wird man ihn empfangen, aber man kann aus diesem Brief noch eine weitere Auskunft schöpfen. Und welche? fragte Schenden. Das wäre nämlich nicht bloß in die Melville bei sondern auch in den Smith Sund fahren sollen. Sie haben recht, erwiderte der Doktor. Denn Smith Sund versetzte Richard Shenden mechanisch. Es ist also klar, fuhr Johnson fort, dass der Vorwart nicht die Bestimmung haben kann, die nordwestliche Durchfahrt zu suchen, denn wir sollen den einzigen Weg dahin, den Lancaster Sund. links lassen. Daraus haben wir eine schwierige Fahrt in die unbekannten Nordmeere abzunehmen. Ja, der Smith Sund, erwiderte Shenden, ist der Weg, welchen im Jahre 1853 der Amerikaner Keen einschlug und mit welchen Gefahren. Lange hielt man ihn für verloren in dieser erschrecklichen Zone. Schießlich, weil es vorgeschrieben ist, wird man in den Sund fahren. Aber bis wohin? Etwa bis zum Pol? Und warum nicht, rief der Doktor. Der Rüstmeister zuckte die Achseln. Endlich fuhr James Wey fort, um auf den Kapitän zurückzukommen, wenn er existiert, so sehe ich an der grönländischen Küste nur Disco oder Aparnavik, wo er uns erwarten könnte. In einigen Tagen werden wir also wissen, woran wir uns zu halten haben. Aber, fragte der Doktor, werden sie nicht der Mannschaft Kenntnis von diesem Brief geben? Mit Erlaubnis des Kommandanten, erwiderte Johnson, ich würde es nicht tun. Und weshalb? fragte Shenton. Weilei dieses Außerordentliche, Fantastische, geeignet ist, die Leute einzuschüchtern. Sie sind bereits sehr in Unruhe über das Schicksal einer so auftretenden Expedition. Wenn man sie nun zum Übernatürlichen hindrängt, so kann dies schlimme Folgen haben und wir möchten im Moment der Gefahr nicht auf sie zählen können. Was sagen sie dazu, Kommandant? Und sie, Doktor, was halten sie davon? Fragte Shenton. Meister Johnson, erwiderte der Doktor, scheint mir verständig zu urteilen. Und sie, James? Besseres Vorbehalten, versetzte Wall, trete ich der Meinung dieser Herren bei. Shenton sahen einige Augenblicke nach, las noch einmal achtsam den Brief. Meine Herren, sagte er, ihre Ansicht ist gewiss gut, aber ich kann sie nicht teilen. Und weshalb, Shenton? fragte der Doktor. Weil in dem Brief förmlich vorgeschrieben ist, die Mannschaft von Seiten des Kapitäns zu beglückwünschen. Nun hab ich bisher stets blind seinen Befehlen gehorcht, in welcher Weise auf sie mir zugestellt wurden, und ich kann nicht. Doch, versetzte Johnson, der mit Recht um die Wirkung besorgt war, welche der gleichen Mitteilungen auf den Geist der Matrosen haben würden. Wackerer Johnson entgegnete Shenton, ich begreife, dass sie darauf dringen, ihre Gründe sind vortrefflich, aber lesen sie. Er bittet sie, der Mannschaft seinen Dank dafür auszusprechen. Nun so verfahren sie demnach, fuhr Johnson fort, der übrigens sonst strenge den Gehorsam zu wahren verstand. Soll man die Mannschaft auf dem Verdeck versammeln? Tun sie das, erwiderte Shenton. Die Neuigkeit von einer Mitteilung des Kapitäns verbreitete sich augenblicklich an Bord. Die Matrosen kamen unverzüglich an den Platz für ihre Revue und der Kommandant las laut den geheimnisvollen Brief. Man hörte mit dumpfem Schweigen dem Verlesen zu, die Leute gaben sich tausend Vermutungen hin, Clifton konnte sich nun allen Abschweifungen seiner abergläubischen Fantasie überlassen. Er schrieb dem Kapitän Hund seinen redlichen Anteil dabei zu und verfehlte nicht ihn zu grüßen, als er zufällig ihm in den Weg kam. Ein jeder war überzeugt, dass des Kapitäns Schatten oder Geist am Bord Wache die gescheitesten hüteten sich von nun an, ihre Vermutungen gegeneinander zu äußern. Am 1. Mai ergab die Aufnahme zu Mittag 68 Grad Breite und 50 Grad Länge. Die Temperatur war gestiegen und das Thermometer zeigte 25 Grad über Null. Der Doktor hatte das Vergnügen zuzuschauen, wie eine weiße Bärin am Rande eines längs der Küste schwimmenden Eisblocks mit zwei Jungen spielte. Er machte mit Wall und Simpson einen Versuch, in dem Boot Jagd auf sie zu machen. Aber das eben nicht kampflustige Tier schleppte rasch seine Jungen mit sich fort und man musste auf ihre Verfolgung verzichten. Vom Wind begünstigt fuhr man während der Nacht ums Kap Cidli herum und bald sah man am Horizont die hohen Berge von Disco sich erheben. Rechts ließ man die bei Godown, wo der Generalgouverneur der dänischen Niederlassungen residierte. Schenden hielt nicht für angemessen, sich hier aufzuhalten, und fuhr an den Pirogien der Eskimos, welche zu ihm zu gelangen bemüht waren, rasch vorüber. Die Insel Disco heißt auch Walfesh-Insel. Von hier aus schrieb am 12. Juli 1815 Sir John Franklin zum letzten Mal an die Admiralität und hier legte auch am 29. August 1859 der Kapitän Mac Clintock bei seiner Rückkehr an, indem er die nur zu sichern Beweise vom Untergang dieser Expedition mitbrachte. Bald verschwanden die Höhen von Disco vor den Blicken. Es befanden sich damals zahllose Eisberge an den Küsten, welche auch das stärkste Tauwetter nicht loslösen kann. Diese ununterbrochene Reihe von Bergspitzen zeigte die seltsamsten Formen. Am folgenden Morgen gegen drei Uhr gewahrte man nordöstlich Sanderson Hob. Das Land blieb etwa 15 Meilen links liegen, die Berge schienen rötlich-nussbraun gefärbt. Am Abend sah man einige Wallfische von der Sorte, welche Flossen auf dem Rücken haben, mitten zwischen den Eisblücken sich erlustigen. Während der Nacht vom dritten auf vierten Mai konnte der Doktor zum ersten Mal die Sonne am Rande des Horizonts Streifen sehen, ohne dass ihre leuchtende Scheibe untertauchte, seit ein und dreißigsten. Januar hatten ihre Bahnkreise täglich zugenommen, und es herrschte jetzt ununterbrochene Tageshelle. Für Zuschauer, die es nicht gewohnt sind, ist diese ununterbrochene Dauer des Tages etwas erstaunlich Merkwürdiges, das selbst beschwerlich wird. Man kann kaum glauben, wie sehr die Dunkelheit der Nacht für die Gesundheit der Augen nötig ist. Es verursachte dem Doktor wirklichen Schmerz, um sich an dies fortwährende Licht zu gewöhnen, welches durch den Reflex der Strahler auf den Eisebenen noch schmerzhafter blendete. Am 5. Mai fuhr der Vorwärts über den 72. Breitegrad. Zwei Monate später hätte er hier zahllose Wallfischfahrer getroffen, welche in diesen hohen Strichen dem Fischfang obliegen. Aber die Straße war noch nicht frei genug, dass diese Fahrzeuge es wagen konnten, ins Buffinsmeer zu dringen. Am folgenden Morgen kam die Brigg, nachdem sie vor der Fraueninsel vorübergefahren, vor Aparnavik an, der nördlichsten Niederlassung Dänemarks an diesen Küsten. Zehntes Kapitel Gefährliche Fahrt Schenden, der Dr. Klaboni, Johnson, Foker und der Kochstrand stiegen in das Wallfischboot und fuhren ans Ufer. Der Gouverneur, seine Frau und fünf Kinder, sämtliche von der Eskimo-Rase, kamen höflich dem Besuch entgegen. Der Doktor verstand als Philologe ein wenig Dänisch, welches zur Anknüpfung freundlicher Beziehungen hinreichte. Auch verstand der Eismeister Foker, zugleich Dolmetscher der Expedition, etwa 20 Wörter grönländisch und wenn man nicht ehrgeizig ist, kommt man mit 20 Wörtern schon weit. Der Gouverneur, ein Eingeborener der Insel Disco, war nie aus seinem Geburtsland herausgekommen. Er begrüßte im Namen seiner Stadt, die aus drei hölzernen Häusern, dem des Gouverneurs des Lutherischen Pfarrers und einem Schulhause und Magazinen besteht. Welche die Güter gestrandeter Schiffe bergen. Der Rest besteht aus Schneehütten, in welche die Eskimos durch eine einzige Öffnung hineinkriechen. Ein großer Teil der Bewohner war dem Vorwärt entgegengefahren und mehr als ein Eingeborener fuhr in seinem 15 Fuß langen und höchstens zwei Fuß breiten Kajak bis in die Mitte der Bay. Der Doktor wusste, dass das Wort Eskimo einen Menschen bezeichnet, der rohe Fische ist. Aber er wusste auch, dass diese Benennung im Lande wie ein Schimpfwort gilt, daher verfehlte er auch nicht, die Bewohner Grünländer zu nennen. Und doch war an den öligen Robbenfellkleidern und Stiefeln, an der schmutzigen und übelriechenden Umhüllung, welche Männer von Frauen nicht unterscheiden lässt, leicht zu erkennen. Womit diese Leute sich nährten, zudem waren sie, wie alle Völker, welche von Fischen leben, zum Teil vom Aussatz befallen, aber sie befanden sich darum nicht eben übler. Der lothierische Pfarrer und seine Frau, mit welchen der Doktor besonders zu plaudern sich versprach, waren auf einem Ausflug nach Proven, südlich von Aparnavik, so dass er sich auf die Unterhaltung mit dem Gouverneur beschränkt sah. Dieser oberste Beamte schien nicht sehr gelehrt, zwar verstand er etwas mehr als ein Esel, aber des Lesens war er nicht völlig kundig. Doch befragte er ihn über Handel, Gewohnheiten und Sitten der Eskimos und vernahm aus ihrer Gebärdensprache, dass die Robben, nach Kopenhagen geliefert, etwa 40 Pfund galten. Ein Bärenfell mit 40 dänischen Dollars, ein blaues Fuchsfell mit 4, ein weißes mit 2 bis 3 bezahlt wurde. Der Doktor wünschte auch, um sich persönlich zu unterrichten, eine Eskimo-Hütte zu besuchen, man kann sich kaum vorstellen, wozu sich ein Gelehrter in seinem Wissensdrang versteht. Zum Glück war die Öffnung zu enge, so dass er trotz allem Eifer nicht hineinkommen konnte. Und das war auch besser, denn es gibt nichts so widerliches, als diese Anhäufung toter oder lebender Gegenstände, Robben oder Eskimo-Fleisch, fauler Fische und stinkender Kleider. Womit eine Grönländer Hütte ausgestattet ist, keine Fenster für Lufterneuerung, nur oben an der Spitze ein Loch, wodurch zwar der Rauch abziehen kann, nicht aber der Gestank. Fokker gab dem Doktor dies an, aber der würdige Gelehrte grollte doch seiner Beleibtheit, denn er hätte gern selbst sich ein Urteil gebildet. Ich bin überzeugt, sagte er, dass man mit der Zeit sich daran gewöhnt. Während der ethnografischen Studien dieses letzteren war Schenden, seinen Instruktionen nach, beschäftigt, sich Transportmittel über das Eis zu verschaffen. Er musste für einen Schlitten und sechs Hunde vier Pfund bezahlen, und auch dafür sie Herz O geben, machten die eingeborenen Schwierigkeiten. Schenden hätte gerne den geschickten Hundeführer Hans Christian geworben, welcher zur Expedition des Kapitäns McClintock gehört hatte, aber derselbe befand sich damals im südlichen Grönland. Dazu nun die Hauptfrage des Tages, befand sich zu Aparnavik ein Europäer, der auf die Vorüberfahrt des Vorworts wartete? Hatte der Gouverneur Kenntnis davon, dass ein Fremder, wahrscheinlich Engländer, sich in diesen Gegenden aufhalte? Wann hatte er die letzten Verbindungen mit Wallfischfahrern oder anderen Schiffen? Auf diese Fragen erwiderte der Gouverneur, dass seit länger als zehn Monaten kein Fremder an dieser Gegend der Küste gelandet sei. Schenden ließ sich die Namen der zuletzt angekommenen Wallfischfahrer angeben, er kannte keinen derselben. Das war zum Verzweifeln. Sie werden mir zugeben, Doktor, dass dies nicht zu begreifen ist, sagte er zu seinem Gefährten. Nichts am Kap Farewell. Nichts auf der Insel Disco. Nichts zu Aparnavik. Fügen Sie mir nach einigen Tagen noch dazu, nichts in der Balmerville, wie Barschenten, und ich werde Sie als alleinigen Kapitän des Vorwärts begrüßen. Das Wallfischboot kehrte gegen Abend mit den Besuchern zum Vorwärts zurück. Strong hatte sich, zum Beruf neuer Gerichte, einige Dutzend Eier von Eiderenten verschafft, welche zweimal so groß als Hühnereier und von grünlicher Farbe sind. So wenig das war, so erquickend war es doch für die auf gesalzenes Fleisch angewiesene Mannschaft. Der Wind wurde am folgenden Tag günstig, und doch gab Schenden keinen Befehl unter Segel zu gehen. Er wollte noch einen Tag warten und, sein Gewissen zu beruhigen, jedem menschlichen Wesen Zeit lassen, sich zum Vorwärt einzufinden. Er ließ sogar von Stunde zu Stunde den Sechzehnfinder abfeuern, welcher inmitten der Eisberge donnernd wieder heilte. Doch hatte dies nichts weiter zur Folge, als das Schwärme von Seevögeln dadurch aufgescheucht wurden. Während der Nacht wurden auch einige Raketen in die Luft gelassen, aber vergeblich. Man musste sich zum Weiterfahren entschließen. Am 8. Mai um 6 Uhr früh fuhr der Vorwärt mit vollen Segeln ab und verlor bald Aparna Weg mit seinen hässlichen Stangen Gerüsten, woran dem Ufer entlang Eingeweide von Robben und Bauchstücke von Dammherrschen hingen, aus dem Gesicht. Der Wind wehte aus Südost und die Temperatur stieg wieder auf 32 Grad. Die Sonne drang durch den Nebel und die Eisblöcke wurden unter ihrer auflösenden Einwirkung etwas lockerer. Indessen übte der Reflex dieser Blend entweisen Strahlen einen nachtheiligen Einfluss auf das Gesicht einiger Leute der Mannschaft. Der Waffenschmied Wolsten, Gripper, Clifton und Bell wurden schneeblend, einer im Frühjahr sehr verbreitete Augenkrankheit, welche bei den Eskimos häufig Blindheit zur Folge hat. Der Doktor riet der ganzen Mannschaft, besonders aber den Kranken, an, sich das Gesicht mit einem Schleier von grüner Gase zu verhüllen und befolgte zuerst seine Anordnung. Die von Schenten zu Aparnavig gekauften Hunde waren ziemlich wilder Art, doch gewöhnten sie sich bald an das Schiff und Kapitän Hund stand nicht übel zu seinen neuen Kameraden. Er schien ihre Gewohnheiten zu kennen. Man konnte leicht erkennen, dass dieser Kapitän bereits Bekanntschaft mit seinen Stammesgenossen auf Grönland gehabt haben musste. Da diese zu Lande bei ungenügender Nahrung stets hungrig gehalten wurden, so waren sie nun gierig, bei dieser Schiffsordnung sich zu erholen. Am 9. Mai strich der Vorwart einige Kabel weit bei der westlichsten der Bafinsinseln vorbei. Der Doktor bemerkte in der Beizwischen den Inseln und dem Lande einige Felsen, die man Krimsung Kiffs mennt. Sie waren mit einem schönen kaminroten Schnee bedeckt, welchem der Doktor Kane einen rein vegetaren Ursprung gibt. Klar Bonny hätte dies merkwürdige Phänomen gern näher beobachtet, aber das Eis gestattete nicht, sich der Küste mehr zu nähern. Obwohl die Temperatur zu steigen anfing, konnte man klar sehen, dass die Eisberge und Eisströme im Norden des Bafinsmeeres häufiger wurden. Von Aparnavik an Bord das Land einen anderen Anblick und es zeichneten sich am Horizont die Profile unermesslicher Gletscher auf grauem Himmelsgrund. Am 10. ließ der Vorwart die bei Kingston rechts nächst dem 74. Breitegrad mehrere hundert Meilen westlich von dem Eingang des Linkestersund. Dann aber verschwand die ungeheure Wasserfläche unter ausgedehnten Eisfeldern, auf welchen regelmäßige Spitzhügel wie die Kristallisation der nämlichen Substanz sich erheben. Schenden ließ heizen und bis zum Elften. Meil schlängelte der Vorwart durch die gewundenen Engen und sein schwarzer Rauch zeichnete am Himmel den Weg, welchen er nahm. Aber bald zeigten sich neue Hindernisse, da die schwimmenden Massen beständig ihre Stelle wechselten, so schlossen sich die engen Fahrwasser. Vor dem Vorderteil des Vorwart drohte jeden Augenblick das Wasser zu mangeln und wenn er eingeklemmt wurde, würde es ihm schwer fallen, sich wieder heraus zu ziehen. Jeder wusste es, jeder dachte daran. Auch zeigten sich an Bord dieses Schiffes ohne Ziel, ohne bekannte Bestimmung, das sinnlos nach Norden zusteuerte, einige Symptome schwankender Gesinnung. Unter den an ein Leben voll Gefahren gewöhnten Leuten fanden sich manche, die trotz der gebotenen Vorteile es bereuten, sich so weit gewagt zu haben. Es herrschte bereits in den Gemütern eine gewisse Entmutigung, welche durch die Angst Kliftens und die Reden von einigen Anstiftern wie Penn, Gripper, Waren und Wolsten noch zunahm. Zu der gemütlichen Herabstimmung der Mannschaft gesellten sich dann noch erschöpfende Strapazen, denn am 12. Mai war die Brick auf allen Seiten eingeschlossen, die Dampfkraft reichte nicht mehr aus, man musste sich durch die Eisfelder eine Bahn machen. Bei den 6-7 Fuß dicken Blöcken war die Anwendung der Sägen sehr mühevoll. Wenn in einer Lange von 100 Fuß zwei Parallelschnitte gemacht waren, musste man das zwischen denselben befindliche Eis mit Äxten und Hebebäumen zerbröckeln. Dann steckte man Anker durch ein mit einem starken Bohrer gemachtes Loch, dann begann man die Winde anzuwenden und zog das Schiff mit den Armen. Eine sehr große Schwierigkeit bestand noch darin, dass man die Eisstücke unter die Blöcke bringen musste, um dem Fahrzeug Bahn zu machen. Und man musste einer eisernen Spitze hinweg stoßen. Kurz das Sägen, Ziehen, Winden, Stoßen, unablässig notwendige, gefährliche Verrichtungen mitten im Nebel oder dichtem Schnee, die niedrige Temperatur, Augenleiden, Gemütsbefangenheit. Alles wirkte zusammen, die Mannschaft herabzustimmen und auf ihre Einbildungskraft zu wirken. Haben es die Matrosen mit einem energischen, kühnen, überzeugten Manne zu tun, der seines Zweckes, seines Weges und Zieles sicher ist, so hält das Vertrauen sie wider Willen aufrecht. Sie sind mit ihrem Haupt eines Sinnes, stark durch seine Kraft und ruhig durch seine Ruhe. Aber an Bord der Brick wusste man, dass der Befehlshaber nicht sicher war, bei dem unbekannten Ziel und Bestimmungsort schwankte. Trotz der Energie seines Charakters gab sich durch Änderung der Befehle unvollständige Manöver unzeitige Bemerkungen durch eine Menge Einzelheiten, Welche der Mannschaft nicht unbemerkt bleiben konnten, seine Schwäche unwillkürlich kund. Und dann, Schenten war doch nicht Kapitän des Schiffes, von dem nach Gott alles abhing. Grund genug, dass man über seine Befehle disputierte, und vom Disputieren bis zur Gehorsams Verweigerung ist nur ein leichter Schritt. Die Unzufriedenen gewannen bald den ersten Maschinisten für sich, der bisher sich strenger an seine Pflicht hielt. Am 16. Mai, sechs Tage nachdem der Vorwart bei der Eisdecke angelangt war, hatte Schenten noch keine zwei Meilen nordwärts zurückgelegt. Man war mit dem Schicksal bedroht, im Eise stecken zu bleiben. Das war ein bedenklicher Fall. Gegen 8 Uhr gingen Schenten und der Doktor in Begleitung des Matrosen Gary aus, um auf der unermesslichen Ebene zu rekognoszieren. Sie waren bedacht, sich nicht allzu weit von dem Schiff zu entfernen, denn es wurde schwierig, sich in den Weißen einöden, deren Ansichten sich unaufhörlich änderten, Merkpunkte zu bilden. Die Strahlenbrechung hatte sonderbare Wirkungen, sodass der Doktor darüber staunte, wo er meinte, nur einen Fuß weit springen zu müssen, musste man über fünf bis sechs Fuß hinaus. Oder es fand der entgegengesetzte Fall statt, in beiden Fällen aber kam es auf den glasharten Eisstücken zum Niederfallen, was, wenn auch nicht gefährlich, doch immer beschwerlich war. Schenten suchte mit seinen Begleitern fahrbare Wasserwege. In einer Entfernung von drei Meilen vom Schiff erstiegen sie mit ziemlicher Beschwerde einen Eisberg, welcher 300 Fuß hoch sein mochte. Von hier aus schweifte ihr Blick über diesen Wüstenhaufen, gleich den Trümmern einer Riesenstadt mit umgeworfenen Obelisken, zusammengestürzten Türmen und umgekehrten Palästen. Die Sonne zog mühsam ihre Kreise um einen mit Bergspitzen besetzten Horizont und warf lange, schiefe Lichtstrahlen ohne Wärme. Als wenn nicht Wärme leitende Stoffe zwischen sie und dies traurige Land gedrungen wären. Das Meer schien, so weit die Blicke nur reichten, völlig fest gefroren. Wie kommen wir weiter? fragte der Doktor. Ich weiß nicht, erwiderte Schenden, aber wir kommen weiter, müssten wir auch diese Berge mit Pulver sprengen. Ich lasse mich gewiss nicht durch diese Eisblöcke bis zum nächsten Frühjahr hier festhalten. Wie das jedoch, sagte der Doktor, dem Fox fast in diesen nämlichen Gegenden passiert ist. Ei doch, wir dringen durch. Mit ein wenig Philosophie. Sie werden sehen, das ist so viel wert wie alle Maschinen. Man muss zugeben, dass dieses Jahr nicht eben günstige Aussicht darbietet. Unstreitig, Schenten, und ich bemerke, dass das Bafinsmeer die Neigung zeigt, in den Zustand vor 1817 zurückzukehren. Meinen Sie, Doktor, es sei nicht immer so wie jetzt gewesen? Nein, lieber Schenten, von Zeit zu Zeit haben ungeheure Eisgänge stattgefunden, welche die Gelehrten nicht zu erklären wussten. So ist bis zum Jahre 1817 dieses Meer beständig versperrt gewesen, als eine ungeheure Überschwemmung stattfand und diese Eisberge in den Ocean trieb, welche meistens an der Bank von New Foundland zerbröckelten. Von der Zeit an ist die Bafins bei fast frei gewesen und ward zum Sammelplatz der Wallfischjäger. Also, fragte Schenten, sind seit dieser Zeit die Nordfahrten leichter gewesen? Ganz außerordentlich, aber man bemerkt, dass seit einigen Jahren die Beineigung zeigt, wieder fest zu werden und sich, vielleicht für lange Zeit, den Forschungsreisenden zu verschließen. Umso mehr Grund also, dass wir so weit als möglich vordringen. Und doch gleichen wir ein wenig den Leuten, welche sich in unbekannte Gänge hineinwagen, deren Türen sich unablässig hinter ihnen wieder schließen. Würden sie mir raten zurück zu weichen? Fragte Schenten, indem er tiefer in des Doktors Augen zu lesen versuchte. Ich, ich habe nie verstanden einen Fuß rückwärts zu tun und sollte man nie wieder zurückkommen, so sag ich vorwärts. Nur müssen wir uns klar machen, dass wir, wenn wir unvorsichtig sind, genau wissen, welcher Gefahr wir uns aussetzen. Und sie, Gary, was halten sie davon? Fragte Schenten den Matrosen. Ich, Kommandant, würde gerade aus vorwärts gehen, ich schließe mich des Herrn Klobony's Meinung an, übrigens tun sie, was ihnen beliebt, kommandieren sie, wir werden gehorchen. Nicht alle reden, wie sie, Gary, fuhr Schenten fort, es haben nicht alle Lust zu gehorchen. Und wenn sie sich weigern, meine Befehle auszuführen? Ich habe ihnen meine Ansicht geäußert, Kommandant, erwiderte Gary mit kalter Miene, weil sie mich um dieselbe befragt haben, aber sie sind nicht daran gebunden. Schenten gab keine Antwort, er prüfte achtsam den Horizont und begab sich wieder mit seinen beiden Gefährten auf das Eisfeld. Danke fürs Zuhören. Jetzt habt ihr Kapitel 6 bis 10 gehört und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Und auch über ein Like für das Video würde ich mich freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euch noch einen schönen Tag.